Heute noch hier? Haben wir Töten heute hier? Was war das denn, Digger? Das ist ein Typ, bist du? Horschkeldin. Schön, dass du hier bist, mein Freund. Wie lange seid ihr zusammen? 14 Jahre? Also schon dreimal verheiratet? Viermal. Viermal, siehst du? Geil, Alter, schön. Deine Frau kommt woher? Deutsch? Bist du deutsch? Schön. Wie heißt du? Jessica. Wo hast du dich kennengelernt? Schülerforzett? Kennst du noch Schülerforzett? Macht mal alle Lärm, wer doch Schülerforzett dreier? Das ist meine Generation. Also ihr seid so auch so Kind seit 90er quasi. Ja, geil, Alter, Schülerforzett. Ja. Und dann ging es weiter auf MSN, ne? Oder ICQ. Oh, oh. Kindheitszau, oder? Ist doch schön. Die heutige Generation weiß gar nicht, was das ist, oder? Oh, oh. Die kennen das gar nicht, oder? Wenn du das Geräusch hörst, rennst du von der Toilette rüber zum PC, Alter. Habt ihr nicht geschrieben? Oh, oh. Oh, oh. Mm-hm. Vielen Dank.